Moin Leute, Maika, Maika und willkommen zu diesem kleinen League of Legends Video. Hab ein bisschen Gebrauch mit dem Upload jetzt und mit dem Schneiden. Liegt vielleicht daran, wie man am Hintergrund schon erkennen kann. Ich hab viel umgebaut, neue Hardware im PC, ganz viel Zeug und Planung und eine ganze Menge tatsächlich zu tun gehabt. Mit Umbauten, zu gucken, was man wie braucht, wann man was hier macht. Mit dem Meerschweinchen, ne? Alles erklär ich irgendwie dann vielleicht in einem anderen Video oder so. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit League of Legends. Okay, läuft doch. So, dann können wir mal rein. Und damit willkommen zu diesem kleinen Stream. Okay, let's go. Das ist nicht so gut gegen den, bin ich ehrlich. Wollte ich noch irgendwas sagen gerade? Ich glaube nicht. Ich versuche mich mal ein bisschen aufs Game zu konzentrieren. Ach was? Das war so lucky. Okay, das war lucky. Schade, war aber ein guter Versuch von mir auf jeden Fall, falls da was auch hinzukommt. Ich helfe ihm so bis zu 400, genau, jetzt geh ich mal weeeeg. Bro. Ich tute den da, oder? Komm schon. Let's go. Nice, ich hab ein Assist drauf. Let's go. War ein guter Roam. Du bist so tot. Okay, wir haben den Kill. Wichtig. Sehr, sehr nice auch auf jeden Fall. Jetzt holen wir uns auch mal ein Ding. Oh shit. Der kam aber fix. Bro. Oh. Okay. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Okay. Wir sind rausgekommen. Ich habe nur gewartet. Vielleicht kann ich meine Q setzen oder so, um noch zu entkommen, aber brauchte ich jetzt nicht. Keine E. Was? Okay, ist raus. Scheiß drauf. Wir ziehen Stun ab. Und das hörte ich es hast. Und wir laufen auf den brutalen Durchgang. 웅er Neueu! Und müssen jetzt vier Minuten durchhalten. Nice, komm schon Yi, komm schon Yi, nice, let's go, wichtig für unseren Master Yi, wirklich wichtig für ihn. Hello there! Fuck this shit, I'm out! Fuck this shit, I'm out! Fuck this shit! Fuck this shit! Fuck this shit! Pusche ich die Wave und dann gehe ich mitlang. Okay, alles krass. Kommt durch. Ich verreck jetzt, oder? Ja, super. Hau rein, Bro. Schönen. Sie haben dich rausgehoben und ist so 2000? Das ist doch gut wie bald. Die Team schreit. Ich nehme den, ich nehme den, ich nehme den. So, auf die Fresse jetzt. Ich setze das gar nicht mal so verkehrt aus, bin ja nicht. Oh, wir sind so stark. Oh, nice. Kommt halt ein Ezreal rein, ach man Ja mach ich halt nichts What do you mean? Eeeeee! sehr gut nice schön sehr sehr schön ja ich bin so dick ich komme nicht raus ich habe nichts mehr ich bin voll leise nicht ich bin voll leise nicht Nice, das hat zwar eine Stunde gebraucht, aber das war ein mega insanes Game, holy shit. Holy shit, aber den Gewinner Screen, den lass ich mir richtig schön schmecken.